So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicker, eine neue Folge MaxoutMonday und wir haben ein neues Maskottchen, es ist der 3.7., der Juli hat angefangen, das Erdnuss hat die Raidmania gewonnen, Glückwunsch dafür und er wollte ein Shiny Shiggy mit Sonnenbrille. Jetzt habe ich noch ein Bild rausgesucht, das ist leider kein Shiny, aber es ist ein Shiggy mit Sonnenbrille und guckt euch das mal an. Ist das nicht genial, wie das so riesengroß seinen Kopf da einfach reinragt? Ich habe normalerweise, wenn ihr hier mal guckt, so eine Vorlage für GBL, da steht das einfach da, da sieht das lustig aus, ja. Jetzt hätte ich das auf die richtige Größe ziehen müssen, aber als ich es angedrückt habe, war das so groß in der Ecke mit dem Kopf, dass ich dachte, aus Spaß lasse ich das jetzt einfach so. Ihr könnt ja mal abstimmen und sagen, wie euch das gefällt, sagt ihr, nee, das ist blöd, macht das kleiner, damit man das ganz sieht, oder sagt ihr, das ist voll lustig, wow, das musst du unbedingt so lassen, dass das so mit einem riesen Kopf da einfach reinguckt. Wir wollen wieder ein paar Pokémon maxen, ich habe einen Titel-Pokémon, dann habe ich 5 Vorschläge aus der Community, die ich maxen werde, Voraussetzung wie immer, also wenn ich ein 100%iges habe und genügend XL. Und da lädt das Erdnuss auch noch ein zu einem Heatran Raid, wo wir es gerade über ihn hatten. Leider mache ich ja keine Fanrates mehr, seitdem diese Änderung war mit 5 Stück nur noch und mega teuer, mache ich keine Fanrates mehr. Es tut mir leid, ich würde gerne, ich bräuchte noch ein paar XL für Heatran, hätte ich normalerweise angenommen, hätte geradet, hätte es Spaß gehabt, aber Niantic, nee. Nein, danke, keine Fanrates mehr, kein Spaß mehr, keine Interaktion mehr. Außer in der Raidmania natürlich, die das Erdnuss gewonnen hat, da muss ich halt diese 5 in der Woche einmal annehmen und dann passt das. Ich habe mich diesmal für einen Titel-Pokémon entschieden, was auch wieder ein Krypto ist, und zwar dieses Krypto-Magna-Yen, was sogar schon Based Buddy ist, was ich jetzt endlich mal maxen möchte, denn es waren ja jetzt diese Aufgaben da mit Unlicht- und Feuer-Pokémon, ich habe mich für den Unlicht-Pfad entschieden, wer da immer fragt, welchen hast du genommen? Und im Unlicht-Pfad musste ich sowieso immer ein Unlicht-Pokémon pushen. Dieses Magna-Yen hatte vielleicht 465 WP. Wegen den Aufgaben der Forschung habe ich die ganze Zeit jetzt in dieses Magna-Yen reingepusht und dachte mir, bevor das jetzt untergeht, mach das bei Max Out Monday komplett auf 50, dann hast du das auch abgehakt, möchte ich jetzt auch machen. Wir gehen also auf Power-Ups, pushen das einmal komplett hier hoch, 2177 WP, 100% Krypto-Magna-Yen mit Best Buddy Batch. Und ich muss immer gucken, dass ich alle hunderter Kryptos auf 50 push und Best Buddy mache. Das heißt, alle, die schon 50 sind, brauchen noch die Best Buddy Batch. Das ist auch so ein kleines Ziel. Das habe ich ja auch bei den Megas gehabt, dass ich alle Mega-Entwicklungen in 100% auf Level 50 push und machen will und diese dann zu Best Buddies mache. Dass das halt so ganz besondere Pokémon sind. Das mache ich also bei 100%igen Legendären. Das mache ich bei 100%igen Kryptos und bei 100%igen Mega-Entwicklungen. Was habt ihr so für Ziele? Schreibt es mal rein. Wir gehen mal in die Kommentare, gucken mal, was ihr so geschrieben habt. Diesmal sind es, glaube ich, gar nicht so viele Sachen. DJ Maxi, bitte ein Mini-Pokémon, egal welches. Da bin ich jetzt schon überfordert, weil, was ist denn Mini-Pokémon? Guck mal, ich gebe hier Mini ein. Und habe da Miniras. Oder hier Mini, versteht ihr? Mini ist einfach am Start. Weil ich hier das Mini genannt habe, wird das aber nicht maxen können, weil ich das für den Mini-Cup brauche. Haben wir noch das, das ist aber schon gemaxed. Zwaron ist es auch gemaxed. Grandidas habe ich keine XL, genauso wenig für Medidas und Mini-Rass. Meint er vielleicht Baby-Pokémon? Kann das sein? Sollen wir mal schlüpfen? Äh, nur aus Eiern. Nur aus Eiern. Ne, hä? Nur aus Eiern. Eiern. Ich schaffe es halt nicht, das zu schreiben. Wir haben letztens eine Folge gemacht, da haben wir alle Baby-Pokémon gemaxed. Jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. So. Das könnte auf 50 gehen. Ich muss mal sortieren jetzt nach den Nummern. Das ist auf 50. 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 Das ist nicht auf 50. Warum ist das nicht auf 50? Aber Nero ist auf 50. Und das war's. Das heißt, wir könnten jetzt dieses Vonera noch pushen auf 50 und dann haben wir in dem Sinne ein Mini-Pokémon gepusht, oder? Stimmt das dann? Oder meinte er mit der Größe her? Wir machen jetzt einfach, ach, uns fehlen 168 normale Bonbons. Ich könnte jetzt welche umwandeln, aber eigentlich ist das Schwachsinn, weil Schanera und so gibt es so oft bei Events. Deswegen haben wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wir können ja mal hier rein und können einfach mal XXS eingeben. XXS zeigt uns nichts an als 4 Sterne. Wir geben mal nur XXS ein. Was haben wir denn für Mini-Pokémon? Carbador, Actillas, Ursaluna. Jetzt möchte ich natürlich keine hässlichen Maxen. Jetzt muss ich 4 Sterne Carbador, Actillas und Ursaluna eingeben. Pass auf. 4 Sterne und Carbador. Da haben wir aber schon ein Shiny gemaxed, normales gemaxed. Das Carbador selber gemaxed. Ursaluna. Haben wir ein normales gemaxed. Ursa Ring ist nicht gemaxed. Teddy Ursa ist auch nicht gemaxed. Ich würde sagen, das ist jetzt um 5 Ecken gedacht. Mach mal Mini-Pokémon. Mini-Pokémon, was also XXS ist, meint er vielleicht. Dieses dreckige Handy, ich mach gleich den Ton aus. Habe ich eigentlich immer. Ich habe nur einen Anruf gekriegt, deswegen musste ich es mit dem Ton mal anmachen. Dass ich mitkriege, wenn ich angerufen werde. Denkt mal um 5 Ecken. Mini-Pokémon. Er meinte XXS. Da habe ich aber keinen Hunderter. Ich pushe nur Hunderter, weil er kein richtiges gesagt hat. Gucke ich, was habe ich alles XXS. Und von den Pokémon, was ich XXS habe, suche ich mir einen Hunderter und pushe das. Und da bin ich bei diesem Ursa Ring gelandet und pushe dieses Ursa Ring hoch. Obwohl es gar kein XXS-Pokémon ist, aber ein Bestandteil der XXS-Familie. Und ah, das ist auf jeden Fall der erste Punkt von der Community. Das war der DJ Maxi. Mann, ist das kompliziert. Ich kann den Solmecke halt nur ohne Haare. Das ist Genaria. Dann kommt Cosimun. Sagt Geladropo. Jetzt habe ich den Verdacht. Das ist zwar gut gemein, aber habe ich nicht beim letzten Mal gesagt, Gelatino ist auf Max. Gelatini sollte ich Maxen, haben wir gemacht. Und dann weiß man ja, es ist noch einer aus der Familie übrig. Aber es sind nicht mehr genügend XL da. Was passiert? Die Leute sagen trotzdem, dann mach halt Geladropo, wenn du keine XL hast. Jetzt zeige ich, ich habe Geladropo keine XL. Also genau das, was beim letzten Mal eingetreten ist, können wir jetzt hier nicht machen. Immer noch also vier Vorschläge übrig von euch. Henk rubbelt sich die Katz. Jochen sagt Dick da. Wenn ich Jochen sehe, da freue ich mich immer. Dick 3 ist oben. Dick 3 ist oben. Dick da ist beides mal nicht oben. Wir nehmen mal das mit den Haaren, weil das lustiger ist. Und pushen das mal. So, da können wir alle anderen Vorschläge vom Jochen, also Gekon ignorieren, weil er hat ja jetzt schon einen erfolgreich eingecashed bei Money in the Bank. 770, dieses Dick da. Drei sind noch übrig. Hier kommt der Benjamin. Er sagt das normale Flunschleg. Flunschleg? Schau mal rein. Vier Sterne. Flunschleg. Das ist das Hässliche. Das ist das Normale. Und beides sind gemäxt. Also das ist das Galaflunschleg. Passt also nix. Baloo sagt Parfi. Müsste eigentlich, oder? Ich darf... Habe ich da nicht. Ich weiß es nicht. Parfi Ness ist fertig. Parfi. Oh, Parfi geht. Ist also auch wieder ein Punkt. Parfi funktioniert. 1.415. Machen wir da auch den Level 50 Tag dran. Ihr findet also doch nochmal Perlen zwischendurch. Das war jetzt 1, 2, 3. Ja, zwei fehlen noch. Pizza Bode Zeus sagt Sneebel Nummer 2. Jetzt gucke ich extra nochmal nach Sneebel. Was hier abgeht. Wir haben Snee Boss. Wir haben Snee Bunna. Wir haben das Sneebel. Wir haben das normale Sneebel nicht. Sollte man das machen? Sollte man das nicht machen? Komm, das hat schon 1.904. Es reicht von den Bonbons her noch. Wir pushen es auf 2.319. Dann haben wir auch die Version mit der langen Feder auf 50 gepusht. Machen das hier noch rein. So, bitteschön. Passt. Gehen wir zurück. Und eins steht noch aus. Shaggy sagt, wie wäre es mit einem Pandir? Pandir habe ich leider keinen 100er. Das weiß ich jetzt schon. Bin leider kein New Yorker. Deswegen habe ich da auch keinen 100er. Pandrago habe ich 100er. Das ist doch was wert, oder? Das ist cool. Das als 100er zu haben. Weil da musst du wirklich beim Brüden Glück haben. Tobias Reuter sagt Sneebel. Grüße gehen raus an. Das Erdnuss schon wieder. Da ist sein Maskottchen. Da war seine Raid-Einladung. Hier ist sein Vorschlag. Der sogar dran war. Gearspenst. So, der Varus hat leider keinen Vorschlag gemacht. Leon hat auch keinen Vorschlag gemacht. Tommy hat keinen Vorschlag gemacht. Und SMG2 Raid God hat, kannst du einen Tordonator machen, gesagt. Aber ich habe kein 100%iges Tordonator. Hier, ich gebe Tordonator ein und habe da nur Feuriegel, Igelava und... Wieso, hä? Habe ich nicht beim CD letztens festgestellt, dass mir ein Feuriegel als 100er fehlt? Und jetzt ist plötzlich wieder was da? Oder lag es dran, weil ich... Ne, keine Ahnung. Jetzt ist auf jeden Fall die Familie wieder voll. Kannst du nicht durchblicken. Ein Vorschlag brauche ich aber noch. Ein Vorschlag ist normalerweise noch übrig. Und jetzt mache ich was, was ich sonst nicht mache. Damit wir trotzdem 6 Pokémon haben. Ich gehe einfach mal der Reihe nach, die Kanto... Die Kanto-Pokémon durch und gucke, was ich noch maxen könnte. An 4-Sternigen. Wir haben Bisa-Same auf Level 50. Wir haben Bisa-Knosp auf Level 50. Wir haben Bisa-Dings-Floa auf 50. Wir haben Glumanda, Glutexo, Glurak. Wir haben Shiki, Shilok und Turtok. Wir haben Raupi, Safcon, Smetbow. Wir haben Hon-Liu, Kokuna, Bibo, Taubsi, Tauboga. Taubos, Radfratz, Radfratz, Radikal, Radikal. Habitak, Ibitak, Retan, Abok. Pikachu. Pikachu, Geffat. Wo ist Raichu? Wir müssen nach Raichu gucken. Raichu auch. Auch Sandan, Sandama, alles da. Nidoran. Familie voll. Männlich, weiblich, voll. Pipi, Pixi, Wulpix. Ich muss ja eigentlich nur so lange durchscrollen, bis ich sehe, dass kein blauer Level 50 Hashtag dran ist. Blutzug Omot sind beide so da. Dicta ist hier noch. Ach, wisst ihr was? Wir machen das zweite Dicta einfach noch, bevor ich weiter wühle. Denn wir haben das mit Haare. Dann machen wir das noch ohne Haare. Und dann sind wir mit dem auch fertig. Und vergleichen nochmal, wie hoch das kommt. 764. Gehen wir hier drauf. Drücken durch. 770 zu 764. Ist wichtig, dass das beides gemaxed ist, natürlich. Und dann waren das die Vorschläge. An den Top-Pokémon hat sich an sich nichts geändert. Wenn ihr hier guckt, der Louis ist immer noch vorne. Dicta, Kura, niemals Jochen Mark. Ich weiß nicht, die Reihenfolge hat sich schon wieder umgeändert. Eigentlich stand da Mark, niemals. Und dann kam Jochen. Jetzt ist es einfach niemals Jochen Mark. Ansonsten waren das die sechs Pokémon für heute. Ein Krypto-Hunder da wieder als Titel-Pokémon. Fünf Vorschläge von euch, beziehungsweise vier. Einen dann noch von mir selber. Notdürftig dahin gebuchtet. Macht wieder Vorschläge unter dieses Video. Schreibt wieder rein. Was soll ich maxen? Was denkt ihr? Was kann ich noch maxen? Irgendwas, was im Event aktuell immer da ist. Passt sehr gut, wenn euch mal nichts einfällt und ihr keine Übersicht habt. Und es ist vielleicht gerade ein Sea-Day von Raupi. Und dann sagt, ja, max doch mal ein Raupi. Weil das war ja gerade da. Dann ist es realistisch, dass man die Bonbons auch zusammen hat. Guckt einfach, was für Events kommen. Macht Vorschläge drunter. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwann alles fertig haben. Wir sehen uns heute Abend. Da gucken wir nämlich bei Chill mit Ramses den Natur-Rien, seinen 31. Geburtstag als Vlog. Und bis dahin, peace out, froh out, euer Ramses. Ciao.